Lucas County, Ohio. Am 17. November diesen Jahres, also 2023, entschied ein Richter, dass die 17-jährige Caitlin Coons als Erwachsene vor Gericht gestellt wird. Sie wird beschuldigt, die 53-jährige Nicole Jones ermordet zu haben. Caitlin Coons wird des schweren Mordes, der Manipulation von Beweismitteln und des Missbrauchs einer Leiche beschuldigt. Ebenfalls angeklagt ist Catelyns 33-jähriger Freund Jonathan Jones, der Sohn des Opfers. Seine Teenager-Freundin stellte ihm ein Ultimatum. Du hast fünf Stunden, um etwas gegen deine Mutter zu unternehmen. Entweder du tötest sie oder ich tue es. Nach Ablauf der Frist schreitet das junge Mädchen zur Tat, während ihr Freund im Zimmer nebenan wartet. Ich schaue mir in meinem heutigen Video die bisher bekannt gewordenen Fakten bzw. Ermittlungsergebnisse zu diesem sehr aktuellen Fall an. Wenn euch mein Video dazu gefällt, dann gebt ihm doch bitte einen Daumen hoch. Ich bedanke mich schon jetzt. Es ist der 18. April 2023, als das Kinderheim, in dem Caitlin Coons lebt, diese als vermisst meldet. Man vermutet, dass sie gemeinsam mit ihrem 16 Jahre älteren Freund, dem 33-jährigen Jonathan Jones, abgehauen ist. Dieser bekannte sich erst im März, also einen Monat zuvor, schuldig, obszönes Material an Kinder weitergegeben zu haben und in einer intimen Beziehung mit der damals 15-jährigen Caitlin zu stehen. Es soll in einem Super-8-Hotel zum Verkehr zwischen den beiden gekommen sein, wobei Jonathan Fotos und Videos angefertigt habe, die er geplant hatte, zu verkaufen. Diese Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren aus dem Jahr 2022. Jonathan sollte am 4. Mai verurteilt werden, erschien aber nicht zum Gerichtstermin, wie die Ermittler des Falls mitteilten. Es wurde ein Haftbefehl ausgestellt. 5. Mai 2023, also einen Tag nach Jonathans verpassten Gerichtstermin, führt die Polizei von Sylvania Township einen sogenannten Welfare-Check bei der 53-jährigen Nicole Jones durch, denn auf dem Weg nach Mexiko soll Caitlin tatsächlich gestanden haben, die Mutter ihres Freundes getötet zu haben. Sie kontaktierte per Textnachricht einen Sachbearbeiter des Jugendamts, unter dessen Obhut die Minderjährige stand und teilte ihm mit, was sie Schreckliches getan hatte. Als die Beamten beim Haus der Familie Jones eintreffen, scheint niemand da zu sein. Und nicht nur, dass die Beamten Nicole Jones nicht antrafen und sie wie vom Erdboden verschluckt schienen, was sie vorfanden, stimmte fast genau mit dem überein, was Caitlin zuvor über das Verbrechen geschildert hatte. Am 6. Mai wiederum schrieb Caitlin, der offensichtlich klar war, dass nach ihr und ihrem Freund eine Fahndung ausgeschrieben war, in einem Facebook-Post, sie habe keine Ahnung, wer Jonathan Jones sei. Ich kenne keinen Jonathan Jones und ihr bringt uns zusammen, schämt euch, führte sie aus. Möglicherweise sollte dieser Post die Ermittler verwirren und die Suche nach dem Paar erschweren. Doch am 8. Mai wurde Jonathan bereits von der US Marshal Service Missing Child Unit in Mexiko festgenommen. Erwartungsgemäß war Caitlin Coons bei ihm. Die Behörden hatten übrigens leichtes Spiel, ihn zu finden. Jonathan hatte es versäumt, den GPS-Tracker, den er nach seinem Verfahren im März trug, zu deaktivieren. Gemäß den Aussagen von Caitlin und Jonathan und nach Sichtung der Spuren im Haus von Nicole Jones muss sich Folgendes zugetragen haben. Nachdem Caitlin aus dem Kinderheim abgehauen war, traf sie sich mit ihrem älteren Freund Jonathan Jones in einem Restaurant. Er nahm sie mit zu sich nach Hause, beziehungsweise in das Haus seiner Mutter Nicole. Vermutlich war der 53-Jährigen nicht klar, dass der Teenager im Schlafzimmer ihres erwachsenen Sohnes hauste, denn sie war ganz klar und entschieden gegen die Beziehung der beiden, schon alleine wegen Catelyns Alter. Die zuständige Staatsanwaltschaft führte aus, der Teenager habe ihrem Freund ein Ultimatum gestellt, seine Mutter loszuwerden, weil sie sich in ihre Beziehung einmische. Catelyn hatte Jonathan gesagt, dass sie etwas gegen seine Mutter unternehmen müssten, weil sie sie daran hindere, zusammen zu sein, und sie gab ihm fünf Stunden Zeit, um etwas gegen sie zu unternehmen. Und ab einem Punkt des Gesprächs erwähnte sie sogar, dass sie sie umbringen wolle, sagte Detective Albright vom Sylvania Township Police Department. Nachdem Catelyns Frist abgelaufen war, ging sie nach draußen, um einen Stein zu holen, und als Nicole Jones in der Küche vor dem Kühlschrank stand, schlug sie, ohne Catelyns Anwesenheit überhaupt zu bemerken, mehrmals auf Nicole ein und erwürgte sie. Während dem Mord an seiner Mutter saß Jonathan nebenan im Wohnzimmer auf der Couch. Anschließend habe das Paar die Leiche in einen Müllcontainer in einem Wohnkomplex geworfen, der später zu einer Mülldeponie gebracht wurde. Die Leiche von Nicole Jones wurde bis heute nicht gefunden und die Polizei vermutet, dass dies möglicherweise niemals geschehen wird. Seit dem 17. November ist nun klar, dass Catelyn Coons Prozess nach Erwachsenenstrafrecht verhandelt werden wird, was sich im Falle einer Verurteilung empfindlich auf das Strafmaß auswirken wird. Coons Anwältin Anne Baronas ließ bereits verlauten, dass ihre Mandantin das Opfer von Jonathan Jones war. Sie behauptet, dass die Ermittler auf keinen Fall beweisen können, dass Catelyn die Textnachrichten selbst an den Jugendamtsmitarbeiter gesendet hat. Außerdem könne ihre Mandantin Nicole Jones unmöglich selbst getötet haben. Stattdessen behauptet sie, Catelyn habe Jonathan Jones lediglich gedeckt. Jonathan ist ebenfalls wegen des Mordes an seiner Mutter angeklagt. Der Prozessverlauf und vor allem der Ausgang bleiben abzuwarten. Fest steht aber, dass Catelyn und Jonathan beide in den Mord an Nicole Jones verwickelt sind. Es bleibt zu hoffen, dass die Gerichtsverhandlung Klarheit schaffen wird. Wenn Euch der Fall und vor allem das Gerichtsverfahren interessieren, dann lade ich gerne ein weiteres Video dazu hoch, wenn mehr Infos verfügbar sind. Oder habt Ihr vielleicht Informationen, die ich noch nicht kenne? Schreibt mir Eure Meinung in den Kommentaren und wenn Euch mein Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch oder lasst sogar ein Abo da. Ich freue mich sehr darüber und meinem Kanal hilft es ungemein weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald!